Was geht ab Leute? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's, euer Vasily und heute mal wieder ein Format Testen und Bewerten. Ihr habt es euch gewünscht und ich finde, gerade ist sowieso die passende Zeit, da wir ja Halloween haben, gewisse Dinge zu testen und zu bewerten. Und zwar gibt es immer exklusive Angebote zu Halloween bei den Fast Food Ketten. McDonalds Burger King, ihr wisst Bescheid, wen ich meine. Und ich habe einen speziellen Burger entdeckt bei Burger King und zwar den Ghost Whopper. Den werden wir heute testen und bewerten. Wir fahren gleich zusammen zu Burger King, ist auch nicht weit von hier und werden den bestellen und dann vor Ort direkt testen und bewerten. Ich hoffe, es ist eine spezielle Soße drin und er wird nicht so schmecken wie der originale Whopper. Aber vom Aussehen, schau mal, ist da definitiv was anderes. Ist ja Halloween. Dann will ich auch nicht weiter rumreden Leute und würde sagen, fahren wir mal direkt zu Burger King. So Leute, Burger King ist nicht weit von uns. Ungefähr 5 Minuten. Wir fahren jetzt dahin. An der Stelle möchte ich noch erwähnen, ich wollte ja ein Video drehen, wo ich auf meine Kritiker antworte. Dieses Video wird auch noch kommen Leute. Ich sage vorab, weil viele haben extra Kritik geschrieben, weil sie hoffen, dass ihr Name erwähnt wird. Wenn ich dieses Video drehen werde, werde ich definitiv die Namen nicht erwähnen. Manche schreiben jetzt extra irgendwelche Kommentare, habe ich gesehen. Ja, so ist das bei YouTube. Aber ich habe mir auch gedacht, genau, wir werden spontan Leute, diese Chili Cheese Nachos testen. Es gibt jetzt diese Chili Cheese Snacker Nachos und die werden wir auch testen. Wenn wir schon mal da sind, kann man die ja auch testen. So Leute, wir sind jetzt bei Burger King. Fahren aber durch den Burger Drive. Wir kriegen den bestimmt wieder in so einem Papier. Ist ja üblich bei Burger King. Keine Kartenzahlung möglich. Willkommen bei Burger King, ob ich es gerne bitte? Ja, einen Moment, ich lese gerade. Keine Kartenzahlung möglich. Richtig. Würden Sie da mal reinkommen vielleicht? Dann geht's. Darf man bei Ihnen drinnen filmen? Filmen? Ja. Warum? Die Frage nur, weil ich nehme gerade ein Video auf. Ach so. Nein, eigentlich nicht. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Fahr kurz zur Bank. Alles klar. Okay. Boah, habt ihr die gesehen Leute? Die bestellen wir gleich auf. Was waren das? Pancakes? Mini Pancakes? Also Leute, Kartenzahlung nicht möglich. Fail. Dann einmal kurz zur Bank fahren. Ich habe kein Bargeld bei mir. Der Fuß, wo ist die nächste Bank? So Leute, zweiter Versuch. Willkommen bei Burger King, Ihre Bestelle bitte? Hallo, ich hätte gerne einmal den Ghost Whopper im Menü. Den Ghost Whopper im Menü gerne. Ketchup oder Mayo? Mayo bitte. Der Whopper mit Käse? Ja bitte. Getränkohler? Sehr gerne. Außerdem. Dann hätte ich gerne einmal die Chili Cheese Nachos. Die Nacho Chili Cheese Nuggets? Genau, ja. Nacho Chili Cheese. Vierer bitte. Gerne, außerdem. Und dann hätte ich noch, eben habe ich hier so kleine Mini Pancakes gesehen. Ja, die sind aber eigentlich nur für Frühstück. Achso. Können Sie trotzdem machen oder? Nein, leider nicht. Okay. Alles klar, dann das wäre es. Danke Ihnen. 9,78 einmal bitte vorfahren. Danke. Sehr gerne. Die Pancakes gibt es nur zum Frühstück. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn wir mal so ein Frühstück testen bei Burger King oder McDonalds Leute. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr sowas sehen wollt. Mal gucken. So, wir warten jetzt auf unsere Bestellung. Ich habe mir gedacht, wir wohnen sowieso nicht weit von hier. Wir werden das Ganze doch lieber zu Hause jetzt gleich testen und bewerten. Dann müssen wir das Auto nicht schmutzig machen und meine Freundin dreht nicht durch. Oder, babe? So, Leute. Nach 10 Minuten ist endlich der Burger da. Also, ich muss wirklich sagen, der Burger King in Delbrück, Leute, ist Katastrophe. Wirklich. Also, ich warte immer hier. Immer. Mindestens 10 Minuten, obwohl ich durch den Burger Drive fahre. Mag ich ja gar nicht sogar. Das mag ich gar nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Burger frisch, schön warm. Warum lass den weg? Frisch, schön warm. Und ja, wir werden jetzt schnell nach Hause fahren, damit wir den testen und bewerten. So, Leute. Wir sind jetzt zu Hause. Wie gesagt, hat nur 5 Minuten gedauert. Ist auch noch alles warm. Und jetzt werden wir das Ganze testen und bewerten. Bin gespannt. An der Stelle hoffe ich, dass er ein bisschen anders schmeckt. Sondern nicht nur ein anderes Aussehen hat, wie der normale Whopper, sondern auch einen eigenen Geschmack. Äh, ja. Machen wir mal ein Heller. So. Oder wollen wir? Ja, okay. Hier haben wir diese Chili, wie sagt er, Nacho Chili Cheese Nuggets. So sehen die aus. Ich hoffe, dass sie schmecken werden. Die sind auf jeden Fall frisch. Die sind heiß. Pommes haben wir schon getestet. Muss ich nicht viel zu sagen. Das hat sich nicht viel geändert. Und hier haben wir den Ghost Whopper with Cheese. Okay, ich bin gespannt. Sorry, Schatz, dass du stehen musst. So. Ghost Whopper. So sieht er aus. Okay, auf dem Bild sieht er natürlich immer besser aus, ne. Wie im Original. Das bearbeiten die immer sehr schön bei Burger King. Bin jetzt gespannt. Aber das sieht für mich jetzt, okay. Was habe ich jetzt auch erwartet? Ich habe einen richtig strahlenweißen erwartet. So wie auf dem Bild. Aber das sieht für mich aus wie Weißbrot. Ne. Oder? Was sagst du, Bette? Wie Weißbrot, oder? Wie Weißbrot. Gut, auf jeden Fall Ketchup, Mayo, klassischer Whopper. Ist nichts Spezielles dabei. Natürlich bestelle ich es immer mit Käse. Kann ich euch nur empfehlen. Schön leckeren Whopper mit Käse. Schneiden wir den einmal in die Mitte. Der hat aber irgendeinen komischen Geruch. Wie sieht das ganz von drinnen aus? Also ganz ehrlich, Leute. Guck mal. Das Brot ist labberig und weich. Bin gespannt, wie es schmecken wird. Vielleicht hat das Brot einen eigenen Geschmack. Auf jeden Fall riecht es irgendwie... Riecht es nicht wie sonst. Bin gespannt, Leute. Mal gucken. Hat einen eigenen Geschmack. Es schmeckt nach Whopper, aber da ist noch ein Geschmack dabei. Ich kann ihn jetzt nicht definieren, aber... Das ist das Brot. Aber es ist definitiv ein Geschmack im Brot. So, riechst du das? Guck mal hier, riech mal. Man riecht es, oder? Man riecht es nicht. Das ist Fleisch? Nein. Auf jeden Fall hat das Brot ein eigenes Aroma, was auch direkt zur Geltung kommt, wenn man es auspackt. Ein eigener Geruch. Vom Geschmack, wie gesagt, es schmeckt wie ein Original Whopper, aber da ist dieses Aroma dabei, was ich nicht definieren kann. Keine Ahnung. Aber kommen wir auch mal zu dem, sage ich mal, zu dem Burgerbrot. Also es ist sehr weich, sehr matschig. Viele mögen sowas. Ich mag sowas gar nicht. Guckt euch das mal an. Man kann das zusammendrücken. Das ist wie ein Teig. Guckt mal. Hier. Das ist wie ein unfertiger Teig. Ich werde nochmal abbeißen. Mh. 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 Das Brot hat eine leichte Süße. Ich werde mal nur das Brot essen. Mh. Das Brot hat eine leichte Süße. Konsistenz vom Brot gefällt mir jetzt nicht. Vielleicht wurde der Burger jetzt zu schnell zubereitet. Ich weiß es nicht, ob es so auch... Vielleicht soll es so sein. Also ich weiß nicht, ob es so schmecken soll, aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn einer von euch den auch schon gegessen hat, ob es bei euch anders war. Zumindest bei mir ist es jetzt. Ihr könnt es ja sehen, sehr labberig. Es ist wie ein unfertiger Teig. Ist jetzt nicht so mein Ding. Also der Geschmack ist allgemein gut wie ein Whopper. Aber hier ist ein bestimmtes Aroma, was ich nicht definieren kann dabei. Was irgendwie mir nicht so gefällt. Also an der Stelle, ich weiß nicht, vielleicht gefällt es euch. Also ich würde jetzt lieber doch einen originalen Whopper nehmen, wie nochmal diesen Ghost Whopper. Brot, alles schön und gut. Ich habe was Spektakuläreres erwartet, so wie auf dem Bild. Da wurde es sehr, sehr weiß angezeigt. Das ist für mich einfach nur... Ja, das ist für mich einfach nur ein weißes Brot, was nicht fertig gebacken ist. Schade. Dann probieren wir mal diese Nacho-Chili-Cheese-Nuggets. Mal gucken. Also hier muss ich sagen, das erste, was man sofort schmeckt, ist der Nacho-Geschmack. Schön knusprig. Ich glaube, da sind sogar auch Nachos, kleine Nachos drin. Also mir gefallen die. Schauen wir mal da rein. Ich glaube, da müssen Nachos drin sein, weil das ist auch so knusprig. Oder von außen die Panade. Oder die Panade sind Nachos, ja. Die Panade. In der Panade sind Nachos-Stückchen. Die sind geil. Die sind geil, Leute. Das probieren wir mal. Nein. Die schmecken richtig nach Nachos. Die gefallen mir. Also die, Leute, sind auch ein bisschen scharf. Also, Fazit zu den Nacho-Chili-Cheese-Nuggets. Die kann ich euch definitiv empfehlen. Wer sie noch nicht probiert hat und mal gerne Fastfood essen möchte bei Burger King, gönnt euch die, Leute. Vom feinsten. Ja, was diesen Ghost Whopper angeht, habe ich ja mal ein Fazit gesagt. Geschmack ist okay. Ist jetzt nicht viel Unterschied, aber da ist was dabei, was ich jetzt nicht so mag. Und die Konsistenz vom Brot gefällt mir auch nicht. Kann sein, dass er da jetzt vielleicht zu schnell zubereitet wurde. Mein Ding auf jeden Fall nicht. Dann haben wir das Ganze auch getestet und bewertet. Aber bevor wir das Video jetzt wenden, Leute, ich will noch einmal reinbeißen. Das kann doch nicht sein. Sorry, Malte. Auf jeden Fall habe ich schon besseren Whopper gegessen. Schön fürs Auge, ein weißes Brot als Whopper ist okay. Aber im Großen und Ganzen nichts Spektakuläres. Ist ja halt auch nur ein Halloween-Special, da wir ja bald Halloween haben. Und gut. Trotzdem werde ich den jetzt aufessen. Ich habe Hunger. Und wie gesagt, die Nacho-Chili-Cheese-Nuggets sind wirklich 1A-Klasse. Vom feinsten. So, das war es auch schon von meinen Testen und Bewerten. Den Ghost Whopper für euch, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ich doch für euch Testen und bewerten kann hier in Deutschland. Weil bald ist es ja soweit. Wir fliegen nach Amerika am 21.11. Und dann haben wir richtig spektakuläre Formate, was Testen und Bewerten angeht, Leute. Definitiv. Ich habe schon drei Reservierungen vorgenommen in Las Vegas. Einmal bei Gordon Ramsay's Hell's Kitchen, in seinem Burger-Laden und in seinem Fish & Chips-Laden. Wo ich noch keinen Tisch bekommen habe, ist in seinem Steakhouse. Da soll ich mal einfach vorbeischauen. Ja, weil zu dem Zeitraum kein Tisch frei ist. Aber meistens, wenn die Gastronomen sagen, schaut mal vorbei, sitzt man zwei Stunden an der Theke. Ich bin gespannt. Aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende gelang des Videos. Danke fürs Zuschauen, Leute. Danke für euren Support. Und dann würde ich sagen, der Klassiker, ihr kennt von mir. Bis zum nächsten Video.